Hey, Retromorgen! Hä? Aufwachen! Oh yeah! Oh, wirklich! Huh! Lapp, da, da, hoffentlich kommt diesmal nicht am Schluss so ne ätzende Brücke! Meine Fresse! Also, irgendwie muss ich sagen, Doom 2 ist richtig geil! Es gibt dir einen Haufen zum Wegschießen! Nicht, dass es bei Doom 1 das nicht gegeben hätte, aber... Ah! Ist ja schön! So einfach, so viele und so, so zum Kaputtschießen und so! Ja, meine Wortwahl ist heute wieder Phänomenalst! Ah, bap, bap! Moment, was hat das jetzt gemacht? Hey, das ist jetzt hier hochgegangen! Das ist ja unfair! Ah, ja! Okay, ich war jetzt gerade leicht verwirrt! Ich hab nämlich gerade in dem Moment, wo ich auf den Knopf da gedrückt hab, halt... ...habe ich meinen Timer wieder eingeschaltet! Auf die Uhr geguckt, besser gesagt... ...weil ich vergessen habe mal wieder... ...aber macht ja nix und... Ey, da ist ein Hell Knight! Was geht, Meister? Moment, wir haben doch bestimmt was Hübscheres, mit dem wir dich wegschießen können! Erst einmal kräftig daneben schießen! Warum auch nicht! Und jetzt haben wir leider nichts mehr! So! Das ist wahrscheinlich ein Teleporter oder sowas! Hey, da ist ein Pain Elemental! Von dem ich euch letzte Folge erzählt hab! Der von uns abhaut, der Vollidiot! Komm! Und der kotzt feuchtfröhlich hier einen Haufen Lost Souls aus, wie ihr seht! Wenn wir den killt, dann kommen normalerweise... ...grad wollte ich sagen, kommen drei Lost Souls raus! Diesmal kam einfach keiner raus! Hä? Habe ich das falsch in Erinnerung oder was? Hm! Ist ja auch nicht so... Achso, Moment, von da komme ich ja! Äh... Ist ja auch nicht so wichtig! Ist ja auch egal! Was passiert jetzt, wenn ich da drauf gehe? Nix! Muss ich hier länger drauf bleiben? Ach halt, warte mal! Was? Was bringt mir hier diese Treppe im Moment? Ich muss hier öfter drauf gehen? Oder von verschiedenen Seiten drauf gehen? Wissen wir ja, ne? Von dem Teleporter vom letzten Spiel! Der uns ja so herrlich aufgeregt hat! Okay, äh... Passiert gar nichts! Sind das vielleicht irgendwie Aufzüge? Lass es uns herausfinden! Zusammen! Und nein! Ich hab keine Ahnung! Okay, vielleicht... Finden wir das noch demnächst raus! Hier ist noch so ein... Komisches Metall-Ding, aber... Vielleicht oder wahrscheinlich müssen wir noch vorher woanders hin! Vielleicht da hin? Hallo? Hey! Kakodemon! Zombies! Hellknights! WTF! Ein Haufen Viecher! Einwandfrei! Die sich selber bekriegen! Das liebe ich so was von an diesem Spiel! Dass sich die Gegner gegenseitig anpisten können! Das ist einfach so schön! Oh man! Die Super Shotgun ist einfach... Einfach super! Ich liebe die! Vor allem... Ich liebe dieses Nachladen, ne? Okay, auch wenn es... Wow! Meine Fresse! Ich sollte vielleicht mal auf... Aufschauen! Wo ich hin... Wo ich hinrenne! Also wie gesagt, die Nachladenanimation dauert zwar wesentlich länger als bei der Normalstoffhinte! Jawohl! Weg ist er! Aber ich finde es jedes Mal so... Befriedigend einfach, wenn du einen wegschießt und dann lädere ihn genüsslich nach! Ja okay! Wie hab ich denn... Wieso geht denn das Ding jetzt hoch? Warum geht das ohne mich hoch? Kann ich das irgendwie wieder... Ah! Das ist ein Timer anscheinend! So, jetzt sammeln wir mal wieder mal schönen Muni ein! Dat brauchen wir! Dat isch wichtig! So! Servus! Nein! Böse Lost Souls! Zack! Einwandfrei! Oh ja, wer hätte das denn gedacht? Eine GFG! Einwandfrei! Bam! Immer wenn ich diese Monster sehe, denke ich mir immer auch... Oder immer öfter mal so... Ey, man müsste eigentlich... Diese Zinnfiguren mal kaufen! Weil die einfach cool ausschauen! Weil die Viecher hier cool ausschauen! So einfach ist das! Ähm ja, es gibt auch eine Figur... Ich habe eigentlich gehofft, es gibt auch größere Figuren! Das... Gibt es auch... Es gibt eine... Eine große... Ähm... Hell Knight-Figur! Und das ist der größte Witz an der ganzen Sache! Ich dachte nämlich anfangs... Das ist ein Imp! Ups! Hey! Was soll denn dat? Geh weg! Gibt eigentlich plus 100? Nein, die gibt... Nur maximales Leben! Und deswegen habe ich jetzt diese tolle rote Sicht! Äh... Moment! Ich habe ja gar nicht gesagt, von was ich rede! Ähm... und zwar... Vom... Doom! Den Film! Huh! Ah! Ja, chillig! Und jetzt ist das da runtergefahren! Einwandfrei! Okay! Doom, der Film! Wer den noch nicht gesehen hat, angucken! Der ist wirklich cool! Aber dieses Viech, wo ich anfangs gedacht habe, das ist ein Imp! Was die ganze Zeit verfolgt! Das ist kein Imp! Also diese... Diese braunen... Kasperles Viecher! Das sind... Das soll ein Hell Knight darstellen! Und ich habe... Was ist denn hier los? Wow! Hahaha! Cooler Effekt! Ähm... Das ist ein Hell Knight und der schaut so überhaupt gar null nicht aus wie ein Hell Knight! Das hat mich schon etwas entsetzt gehabt! Und davon gibt es eine Figur! Und die Figur finde ich halt einfach nur... Ja, okay! Ist schön und gut nach dem Film und so! Aber... Äh... Davon jetzt extra eine Figur! Die hätten viel lieber von... Von Doom 3 oder... Von den originalen Spielen... Ja, meine Fresse! Gehen die auch mal drauf? Kacke! Ich bin jetzt nicht gestorben! Nein! Bin ich nicht! Gut! Ich bin gestorben! Ähm... Macht nix! Mach mal im Schnelldurchlauf! So... Ja, wie gesagt... Ich war da halt... Etwas... Enttäuscht! Dass das ein Hell Knight darstellen sollte! Außerdem im Film... Auch wenn ich den jetzt... Äh... Zwar empfehle den anzugucken... Aber... Der Hell Knight... konnte seine Zunge... Werfen... Aus welchem... vollkommen beknackten Grund auch immer... Ja, ich glaube die haben irgendwie versucht... Logik oder sowas in diese... Story von... Doom reinzubringen... Wo ich mir dann wieder denke... Was für ein Fail... Versuchst du jetzt ernsthaft... Logik da reinzubringen... Mars... Dämonen-Inversion... Was willst du da großartig noch... An Logik reinbasteln? Aber... Mit dem auch sei... Meine Fresse... Ich muss das Spiel endlich mal leiser machen... Hehehe... So... Okay... So... Danach speichere ich auch mal... Am Ende verrecke ich schon wieder... Aber hey... Fail gehört dazu... Wäre ja langweilig... Wenn alles immer glatt laufen würde... So... Runder... Ich will die BFG Ammo... Oh... Da sind noch Raketen... Sehr wichtig... Die können wir dann später auch noch gebrauchen... Wenn dann diese... Äh... Heavy Weapon Dudes kommen... Mit ihren Chain Guns... Hallo... Na endlich... So... Dann sammeln wir hier noch schnell... Die Shotgun Muni ein... So... Sie ist am... Öffne dich... Schon ist der Weg frei... Geht mir raus... Dann weg... Halt... Moment... Hier war's... Bin schon wieder voll... Neben der Spur hier... Das geht ja mal gar nicht... Soll ich doch mal hier schnell... Mal seinen services machen... Uh... Falscher Knopf... Blöööööö... Bababababababababababa... Ich weiß gar nicht... Was ich noch großartig sagen soll... Hier hab ich mich über die Figur beschwert... Ja... Wow... Meine Ausweichkündigste. Und der Spectre ist auch da. Oh ja, Spectre, was ich da euch unbedingt sagen muss. Ihr müsst euch ganz, ganz doll dringend Call of Duty anschauen. Also Call of Duty. D-O-O-T-Y. Es gibt drei Teile davon. Ey, das ist so grandios gut. Ich hab mich fast eingepisst vor Lachen. Wo ist der hin? Ach da, der ist reingelaufen, okay. Ja, es ist halt offensichtlich eine Verarschung von Call of Duty für, ähm, mit Doom. Und es ist einfach so grandios. Ah, da sind jetzt die drei rausgekommen aus dem, wenn er stört. Zum Beispiel haben sie da auch, ähm, Black Ops heißt dann da Green Ops, weil halt, ne, die Marines eben grüne Rüstungen anhaben. Und, äh, was war da noch? Genau, das, der zweite Teil, äh, der dritte Teil heißt dann Call of Duty Spectres. Ne? Kapisch? Wegen Ghost und so. Egal. Ich will euch da aber nicht zu sehr oder zu viel verraten. Besser gesagt, will ich euch gar nichts verraten, weil es einfach so grandios gemacht ist. Wie gesagt, es gibt drei Teile. Absolut wert, die anzuschauen. Ach. Ich hab mich fast nicht mehr eingekriegt. So. Okay. Jetzt wählen wir gleich mal den Raketenwerfer aus. So. Und dann begrüßen wir die mal so. Siehst du? Ganz einfach. Wäre überhaupt kein Problem gewesen, wenn ich mich ein bisschen mehr darauf konzentriert hätte, was für eine Waffe ich nehme. Aber, gut, äh, Sachen gibt's, ne? Oh. Kann ich nicht anwählen. Okay. Achso, ja, macht ja Sinn. Hab ich ja vorhin angewählt. Oh. Mama. Alter, Latz, wollt ihr mich veräppeln? Ich find's so geil, wie der in die Schädeldecke immer abfliegt. Die Splatter-Effekte find ich schon sehr, sehr nice. Okay, blaue Keycard hab ich. Da könnte ich dann da lang weitergehen. Hier brauch ich noch nix. Da brauch ich ne gelbe Keycard. Okay. Scheint alles gut zu sein. Dann schauen wir uns doch mal... Hm? Achso. Der Lift ist bloß runtergegangen. So, und jetzt ist hier das hier aufgegangen. Und, ja, und das sind drei Tore. Also, ne. Ich, nix für Ungut, aber... Hey, blöde Kuh. Ah, da ist noch ne grüne Rüstung. Die sammle ich noch vorher ein. Geh auf. Bitte. Ey, der Blöde Kuh. Ey, so lang. Okay, der will heute nicht. Ist egal. Ja, jetzt. Oh, okay. Ich juckt jetzt auch nicht mehr. So, was passiert jetzt? Oh. Ich dachte, jetzt kommt da ein Haufen Gegner. Die kommen wahrscheinlich jetzt. Oder auch nicht. So. Oh, Palin Elemental. Das ist sehr gut. Und ich krieg ja grad Schaden und so. Und das ist ja auch voll toll. Okay. Sehr schön. Habe ich Knopf gedrückt. Keine Ahnung, was mir der gebracht hat. So, was finden wir hier? Wie hätte ich das gedacht? Viecher. Ah, so funktioniert. Was? Was ist denn das? Nein. Lass mich in Ruhe. Aber die teilen so aus, ne? Und das ist auch normal. Aber gut. Wäre ja keine Herausforderung ansonsten. Wo kommt denn jetzt überhaupt alle? Aua. Wie unverschämt. Mal wieder. So. Oh. Oh, geh mir aus dem Gesicht. Oh Mann, ey. Hilfe. Mann, 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 Mann. Und schon ist so gut wie alles Leben weg. Hey. Äh. Ich würde gerne so, ne? So verstehst. Da mal. Das geht jetzt echt nur dann, wenn ich... Ja, toll. Jetzt ist er runter, oder was? Ey, der will mich verarschen. Okay. Ich glaube, ich muss echt in einem Zug da rüber gehen. Okay. Ja. Häh. Nein. So eine Scheiße. Lass mich wieder da rüber. Komm. Wenigstens habe ich jetzt wieder volles Leben. Aber da war ja noch hier sowas Hübsches. Das wollte ich ja eigentlich auch noch haben. So. Dankeschön. Ach nee, oder? Ich hätte da einfach... Das ist nicht lustig. Ich hätte hier einfach runterlaufen können. Ohne großartige Probleme. Oh, hier sind zwei Portale. Wohin führt der? Der führt auch hier hin. Und wohin führt der? Ah ja. Hey, halt. Ich wollte nicht gleich in den Teleporter rennen. Äh, okay. Moment. Noch ein Versuch. Diesmal in die andere Richtung. Okay, in der anderen Richtung gibt es nichts. Sobald ich hier auf die Stufe draufgehe, werde ich zurückgeportet. Okay, meinetwegen. Was auch immer. Ah, und hier ist der eigentlich wichtige Raum. Die Shotgun hilft uns hier jetzt nicht so viel. Dann lieber das hier. Aber hier ist die gelbe Keycard. Und das ist genau das, was wir wollten. So, na schön. Alle tot. Das macht uns glücklich. Hey, ne. Doch nicht alle tot. Ich muss immer wieder die Waffe wegmachen, um zu gucken, ob ich auch noch ungeschossen habe. Jo. Einwandfrei. So, das. Oh. Nein, 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 nein. Ähm, sterben, 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 sterben. Danke. Manchmal höchst unkooperativ. So, jetzt ist der hier runtergegangen. Das ist auch schon mal gut. Oh, kacke. Ah, kein Problem. Bisschen Kreise ziehen. Wenn die auch mitmachen würden. So. Und schon bin ich glücklich. So einfach geht das. Okay. Hey, da ist ja ein Anzug. Nein. Naja, egal, aber... Ach so, ja, die lasse ich mal... Oh, hoppala, jetzt habe ich den auch so gesehen schon erschossen. So. Fahr noch mal hoch, bitte. Das war doch vorhin unten, oder nicht? Habe ich mich da jetzt getäuscht? Ah, jetzt aber. Ah, da war noch ein Knopf unten. Mist. Ja gut, der Knopf ist dafür, aber... Ah, jetzt geht mir wahrscheinlich bald der Anzug aus. Ich will aber noch gucken, wofür der untere Knopf gut war. Halt. Und schnell da rüber, bevor der sich deaktiviert. Hallo. So, und hier. Okay. Okay, was hat das jetzt gemacht? Äh, genau dasselbe? Okay. Hä, wozu hat man dann zwei Knöpfe da gemacht? Hm. Ist ja eigentlich auch egal. Halt, da will ich noch durch. Ah, halt. Das ist der falsche Tür. Oh, ist vielleicht... Ah, ne. Der geht einfach so auf. Okay. Gut, alles cool. Oh, war die gelbe Tür. Die war draußen. Oder am Anfang. Oder wie auch immer. Hier. Okay, ich hab ne schlimme Vorahnung. Ah, ne. Okay, doch nicht. Na, guck doch mal. Wie du sie unterhalten hier? Können wir erstmal in den Popo schießen. Hey, geh weg. Ah, kein Double Kill. Ich glaube kein Kill. Gar nichts. So, jetzt aber. Oh, kacke einmal ein Kubus. Okay. Oh, vielleicht jagt er sich selber hoch mit seinem Splash. Schaden. Jetzt verpisst euch halt endlich, ihr blöden Specter-Kasper. Au. Oh, man. Oh, cool. Wenn ich einfach so da stehen bleib, dann... Okay, der Schaden kam nicht allein nur von mir. Da hat sich wirklich... Durch das die ganze Zeit gegen die Wände da ballern... Mal kurz selber das Leben abgezogen. Das ist auch in Ordnung. Damit kann ich sehr wohl leben. Ah, ja. Ah, für das hätte ich auch die gelbe... Die gelbe, gelbe, gelbe gebraucht. Also alles gut. So. Und Level geschafft. Einwandfrei. Kills 100%. Ah, das freut mich immer zu sehen. Secrets haben wir auch 100%. Kapuff. Na ja. Ungefähr das Vierfache macht ja nichts. Äh, Dreifache. Jetzt kann ich nicht einmal mehr rechnen. So, the pit finished. Und jetzt kommt Refusing. Jetzt... Das war zu schnell. Hab ich nicht gesehen. Aber dat is ja auch egal. Dat schauen wir uns morgen an. Warum sag ich immer dat? Ähm. Wurst. Sehen wir dann morgen. Somit vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann. Adios. Guten Morgen, Mittag, Abend oder Tag im Allgemeinen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn dem der Fall ist, dann gebt doch diesem Video einen Daumen nach oben. Falls ihr weitere Let's Plays angucken wollt, dann klickt doch der Solette, die da auf der Couch sitzt. Einfach volle die Fresse. Und dann kommt ihr auch schon zu den ganzen Let's Play Playlists. Und könnt euch da in aller Ruhe mal umschauen. Das war's von meinerseits. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.